Aber scheiß drauf, Arena ist nur einmal im Jahr und das Ganze in Postbauerhängen. Ich bin euer Peter Wackel und lade euch ganz herzlichst ein, am 30. Mai natürlich zur Ü30-Party in die Arena nach Postbauerhängen. Und ich bin auch Ü30 und wenn du Ü30 bist, dann hast du sogar noch freien Eintritte an diesem Abend. Ich singe live und freue mich auf Joanna, scheiß drauf, Party, Palmen, Weib und Bier und all meine Hits. Einfach mir wieder schön in meiner Heimat zu singen. Deswegen kommt am 30. Mai in die Arena nach Postbauerhängen. Euer Peter Wackel.